so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die rechten komisches design die glitter fantasy gemini glitter fantasy aus der so die kleinen von pyro trade nachdem wir letztes jahr schon die die golden emotions die virgo golden emotions hatten auch von pyro trade und die uns ja über überrascht hat haben wir dieses jahr uns mal hier die glitter fantasy geholt die ist echt günstig und echt leicht die wiegt echt gefühlt nichts ich bin da wieder sehr gespannt die ist sehr günstig ich glaube 12 euro 95 oder so gekauft wurde die beröder könnt ihr unten mal in der beschreibung gucken und jetzt geht's los zur glitter fantasy von pyro trade weiter geht's mit einer batterie ich bin sehr gespannt was aus der rauskommt weil letztes jahr die golden emotion war ja hammer von pyro trade und jetzt halt dieser fantasy jetzt gar nicht so viel krank im mal gucken was da rauskommt hat er ist da nicht so viel krank im mal gucken was ich finde ich finde ich finde ich finde ich Wie die kostet? Ne. 13? 7. Was? Was? Und damit schau Leute.